Hallo Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge oder Session, ich weiß es noch nicht, von Streamlight Valley, ich hab die täglichen Sachen schon mal gemacht, also mit den Leuten geredet, denen ein paar Geschenke gebracht, ein paar Tiere gefüttert, die Sachen, die ich gepflanzt hatte, abgeerntet, sodass wir uns jetzt auf die Quest konzentrieren können. Dafür müssen wir einmal hier, magische Schriftrolle und Tintensit für sie machen, dafür opfern wir sechs Traumscherben, ein leeres Fässchen, zwei lila Farbschrift und drei Papiere. Und dann haben wir das. Das ist nicht irgendwie... Doch. Okay, und ich weiß auch, wo ich das zweite Buch finde. Hallo ihr beiden! Wir haben gerade Samstag halb sieben, also 18.30 Uhr. Deswegen könnte es auch das erste Mal dunkel werden. Thorsten regnet auch gerade, deswegen ist das schon sehr lustig, dass es hier auch regnet. Ich weiß nicht, ob die Daten abgeglichen werden. Hallo! Ich mein, sowas gibt es, aber... Das wäre ein bisschen kompliziert, glaub ich, für die... für das Spiel. Hört sich gut. Ja, den brauchten wir. Damit wir ihm, nachdem wir das Buch haben, es direkt geben können. Und dafür müssen wir einmal hier hin. Das war schon in der Höhle, wo wir das letzte Mal waren. Aber ich hab nicht richtig hingeguckt. Kann man das auch hier machen. Krall abbauen. Ich hab mich auch ein bisschen umdesignt, wenn ihr euch wundert, warum ich keine schwarzen Haare mehr hab und so. Also mein Charakter. Sieht ein bisschen anders aus. Und das T-Shirt hat es selbst gemacht. Ja klar, geht besser, aber hey. Für meine Verhältnisse. Wir wollen ein bisschen das Design mal geändert haben. So ein bisschen Abwechslung. So. Das kann man jederzeit machen mit dem Ändern. Gut, dann. Mal weiter hier. Es war schon richtig, dass wir hier waren. Aber es war dann hier. Und damit haben wir dann alle drei Bücher. Nimm. Das Buch, das Buch und das Buch. Hey, du bist es. Meine Bücher. Das ist toll. Danke, Lulu. Oh, und ich weiß auch schon, welches Gericht ich für dich kochen möchte. Hier ist ein Rezept mit Erdnüssen. Wenn du mir ein paar Erdnüsse besorgst, werde ich das für dich zubereiten. Ich habe keine Erdnüsse am Tal gesehen. Du hast keine? Oh, ich erinnere mich. Ich habe nach dem Vergessen einen großen Vorrat davon nach Paris gebracht. Ich kann zurück nach Paris gehen und Erdnüsse besorgen. Oh, das wäre fantastisch. Danke. Okay, dann werden wir das machen. Aber nicht zuerst Ursula von der Leyen, die alte Schadbracke. Nein. Ich meine, die Ursula hier im Spiel einreden sollten. Nicht die echte. Die kenne ich nicht gut genug, um sie zu bewerten. Das mache ich nicht. Nichts tust. Erstmal beleidigen hier. Nee. Komm her. Nimm das, du also Schadbracken, Tinten, Fischwege. Du bist es hervorragend. Ausgezeichnet. Ich kann endlich wieder Verträge abschließen. Angst, hier ist wirklich ein echter kleiner Griffe geworden. Jetzt bin ich dran. Hier ist ein Geschenk. Das sind seltene Fische, die ich gefunden habe, während du auf deinen kleinen Füßen durch das Land gestreift bist. Betrachte dies als meinen Teil des Vertrags und komm bald wieder. Ich könnte dich wieder brauchen. Dankeschön. Dankeschön. Ja! Da hast du noch eine neue Quest für mich. Ich meine nichts. Nee, aber hier. Er hat einen. Schönen Strand, ja. Da kriegen wir 10 hin. Ja, easy snack. Machen wir das auch noch gerade. Können wir danach auch direkt wieder entfernen. Ach ja, das mache ich gleich. Nur für die Quest. Ich will es nicht wirklich da... Wir machen das auch alles so im Haus und so weiter und sobald wir halt genug Geld haben. Darf ich das jetzt auch alles entfernen oder ist das dann nicht mehr gültig? Also einfach aufzustellen möchte ich ja nicht, ne? Das ist jetzt keiner... Nein! Okay, dann muss ich hier was aufstellen, solange... Greicht das hier auch? Solange, dass wir die Quest abgegeben haben. Fünf sind das, okay. Ja, okay, wenn du das so sagst. Dann machen wir das nochmal so. Ja, das wird er kann ich nicht ändern. Die werden wir auch dann später entfernen. Aber erstmal in Streamlight Valley Reich hier. Hier in seinem Reich, in Remis Reich. Wir werden auch bald, ähm... Keine Angst, den nächsten Charakter freischalten oder das nächste Gebiet. Wir können uns beides leisten. Chh! Wir sind reich. Hier, die habe ich mir letztens gemacht. Kann man die fordern hier noch gerade? Guck mal, was hier für ein Motiv dabei ist. Okay. Die Rose von Belle und hier schön und das Biest, glaube ich. Ich kenne es aber auch nur außerhalb nicht aus dem King of the Wars. Jetzt habe ich mal sowas gegen... Ja, der ist hübsch. Der habe ich gefunden gehabt. Wollte ich aber mit euch öffnen. Hier sind die Atmosse. Okay, dann machen wir das doch. Remi Demi. Weiß er deswegen so? Ich habe keine Ahnung. Die schläft jetzt? Jetzt schon? Mädel, wir haben gerade mal... Ja. Wir haben gerade mal 18 Uhr 44. Wenn man die noch brauchen würde, dann wäre das ja... Warum kann ich mich nicht... Jetzt kann ich ja nichts mehr machen. Yay! Das Spiel ist wieder hängen geblieben. Wir sehen uns bald wieder. So... Ja, irgendwie läuft die Game Pass Version unrunde als die Steam Version, habe ich das Gefühl. Naja, gut. Erstmal reden wir hier mit Dagogard. Hallo, hier bin ich. Sei gegrüßt, Nachbar. Der schillernde Strand... Der schillernde Strand... Der schillernde Strand hat niemals besser ausgesehen, Lulu. Vielleicht kannst du jetzt versuchen, im Ozean zu schwimmen, anstatt in einem Pool voller Geld. Hä? Oder ich könnte beides tun, nicht? Sonst spannt mich so sehr wie ein Bart in meinem Geldspeicher. Hervorrag! Ich muss mit dir sprechen! Einen schönen Tag noch! Bei den Monstern von Loch Ness. Ich bin wütend. Hör dir das an! Eine hinterlistige Krakenfrau macht zwielichtige Geschäfte mit meinen potenziellen Kunden. Nun, wie ich Kraken kenne... Nun, wie ich Kraken kenne, was ich nicht tue, weil sie sich am Wasser verstecken. Könntest du sie im Blick behalten? Ich kann Gauna jeglicher Art nicht ausstehen. Klingt schlimm, aber ich kann helfen. Das ist die richtige Einstellung. Wir werden die Schurken entlarven. Oder ich heiße nicht Dagobadak. Das ist der Plan. Du gehst und bittest sie um einen Wels. Wir sind in den Gewässern des Dorfes sehr verbreitet. Dann werden wir sehen, was sie dafür haben will. Sie wird bestimmt versuchen, dich über den Tisch zu ziehen. Lass mich also wissen, was sie gesagt hat. Freundlichen Dank! Ich muss dafür machen Mutter Gute. Okay. Okay. Welter Tapferkeit. Donald Duck. Okay. Welter Tapferkeit. Sonnige Ebene. Und Welter Tapferkeit. Okay. Dann schauen wir mal. Erstmal mit Remi. Remi, Demi, wo bist du denn? Wahrscheinlich in deinem Restaurant. Natürlich bist du in deinem Restaurant. Was habe ich denn das erwartet? Kann ich mit dir sprechen? Klar. Hier, nimm. Hallo! Du hast die Erdnüsse gefunden. Ah. Was sind das Erdnüsse, die du mitgebracht hast, eines meiner Lieblingsgerichte zu bereiten? Ah, jetzt bittet er auch Erdnüsse an. Danke! Gucken wir mal, ob ich das wirklich zubereiten kann. Erdnüsse Wöffel. Und Erdnüsse Sandwich. Also ein Erdnüsse Sandwich werde ich schon schaffen. Wovon haben wir eigentlich? Erdnüsse S. Muss ich noch zwei kaufen? Ja, ne? Ja. Ich glaube schon. Na dann. Machen wir das gerade hier. Erdnüsse Sandwich ist wahrscheinlich einfacher. Erdnüsse Butter Sandwich, ja. Da können wir hin. Aber das ist das andere gewesen. Äh. Hahaha. Die werden teurer sein. Dann machen wir natürlich die Erdnüsse Butter Sandwich. Ich glaube... Zwei davon sollten reichen. Dann müsste er satt sein. Hilfst du mir mal kurz? Ja klar. Hey, du bist es! Also das ist eine tolle Erdnüsse. Ich muss ihm ein Restaurant zum Spezialgericht dieser Frau machen. Ah. Vielen Dank für all deine Hilfe. Sehr schön. Bonjour. Gut, dass du hier bist. Ich habe halt nicht das Problem. Ah. Shazremi ist ein riesen Erfolg. Wir haben mehr Gäste als ich bewältigen kann. Das ist wirklich ein Problem. Kann ich dir helfen? Glückwunsch. Ah. Danke, richtig. Okay, wieder in die Arbeit. Wir sind ein gutes Team. Gutes hier bist. Ich habe halt nicht das Problem. Ah. Das ist wirklich ein Problem. Kann ich dir helfen? Haha. Ja, bitte. Ich brauche das Trink. Hier, nimm diese Kocheriniform, zieh sie an und komm zu mir in die Küche. Au revoir. Oh Gott. Hey, du bist es! Du siehst toll aus. Sehr professionell. Okay. Ich möchte, dass du mehr Gäste nach, äh, Gästenausschau heilst, die in Shazremi kommen. Können jederzeit kommen, aber einige haben bestimmte Verhaltensmuster. Huh? Goofy kommt immer zum Mittagessen. Merlin am Morgen und am Abend. Wenn dein Gast siehst, nimm seine Bestellung auf, während ich mich ums Kü- im Küchenchef Sachen kümmere. Wir sind ein gutes Team. Okay. Äh. Das kann dauern, ja. Weil... Muss wahrscheinlich offskill machen. Das muss ich dann doch offskill machen. Äh. Dem, 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 dem. Dann schauen wir mal, was wir anziehen. Auf jeden Fall nicht das. Und auf jeden Fall... Das. Okay. Das wird dauern, bis wir das machen können. Das heißt, jetzt können wir noch das schauen. Wo wir das hinbekommen. Okay. Sie ist wieder wach. Das ist sehr schön. Und nachdem wir uns um sie gekümmert haben... Also in die Quest können wir den nächsten Charakter freischalten. Wie. Wie. Rein da. Hallo Fischlein. Was kann ich für einen neugierigen Menschen wie dich tun? Ich möchte eine Abmachung aushandeln. Wie köstlich. Ich bin neugierig. Was für ein Geschäft spielt dir denn so vor? Dass also dieser Welz ja nicht gerne kochen würde. Mhm. Du willst einen Welz und ihn auch noch essen. Natürlich müssen wir über die Bezahlung sprechen. So etwas Seltenes bekommt man nicht umsonst, weißt du? Wie sagt man einer der außergewöhnlichen Blumen? Dorf eine weiße und rote Huthensie. Wenn du das schaffst, werde ich dir einen Welz beschaffen. Abgemacht. Ja. Wunderbar, Schätze. Da hat aber jemand eine Glückssträde. Weißrote Huthensie. Haben wir die denn schon theoretisch? Weißrote Huthensie. Oder? Da. Haben sie theoretisch schon? Weiß. Da. Schillender Strand. Okay. Dann schauen wir uns mal hier um. Daumen. Da. Und ich guère ! Und ich guère ! das könnte sein aber ich glaube nicht dass man großartig sagte ich ja können aber mal kurz das hat hier nehmen wir doch mal hier das krokodil mal wieder das gibt es dafür dass man den ersten zwei tagen gespielt hat habe ich was für dich mit mich okay können wir gerade ändern das sollte schnell gehen ist da vielleicht warum kommst du immer wenn ich von überall her kommt ich möchte kein fisch also ich wollte mir dann noch geben das ist ja schrecklich hier du wolltest doch hier komm es tut auch nichts Gunny, Gunny komm raus wir sind doch best buddies om nom nom dafür kriege ich einen Motivbeutel oh das ist ein hübsches Motiv ok dann das sind aber keine weiß-rose lila, rosa weiß-rose das ist aber noch keiner aber ich nehme sie mal mit schrecklich 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 um Wichtigeres kümmern können hier muss doch irgendwo weiß-rosa sein das ist roh ich nehme mich an nein es ist nicht sehr schön dann haben wir das diese Folge noch hinbekommen da freu ich mich doch rosa das ist alles wie du es dir gewünscht hast auf Wiedersehen ja alles wie ich es wollte ok er gibt 410 p das ist sehr schön ich weiß immer noch nicht welches was maximal level ist ich bin selbst so 32-33 mit meinem Hauptaccount weil ich hier mittlerweile fast genauso viele spiele also ich nehme halt jeden Tag fast jeden Tag auf das ist